Wenn ich stocken im Verkehr wegen Verkehrsüberlassung, ob der H18 aus der Erdenbahn, er ist richtig verzwigig angenommen, zwischen dem Erdbahnanschluss Mutten und der verzwigigigen Haargenau. Und dann ist der Hauptstraße Münchenstein, richtig Bosnigen, immer noch gesperrt, das wegen einem Unfall. Alle unterwegs, eine gute Fahrt. DHCM, Schlussmusik auf dem Radio. DHCM. DHCM. Und dann ist der Hauptstraße Münchenstein, richtig Bodnigen, immer noch gesperrt, das wegen einem Unfall. Alle unterwegs, eine gute Fahrt. DHCM, Schlussmusik auf dem Verkehr wegen Verkehrsüberlassung, ob der H18 aus der Erdenbahn, er ist richtig verzwigig angenommen, zwischen dem Erdbahnanschluss Mutten und der verzwigigende Haargenau.